Der Agrarbericht des Bundesamtes für Landwirtschaft ist online. Er ist zum vierten Mal online mit einer digitalen Version. Wir freuen uns, Ihnen diesen präsentieren zu können. Sie haben dieses Jahr wie immer sehr viele Informationen zur Landwirtschaft, zur Land- und Ernährungswirtschaft, zu Nahrungsmitteln, zu Umweltfragen. Ich möchte insbesondere diesmal betonen, wie weit wir schon sind mit den Tierwohlbeiträgen, mit dem Tierwohl in der Landwirtschaft. Wir haben zwei Drittel der Betriebe, die bereits beim Raus mitmachen, Raus für regelmässiger Auslauf. Und wir haben 50 Prozent der Betriebe, die besonders tierfreundliche Stallhaltungen haben. 10 Prozent aller Direktzahlungen sind heute Tierwohlbeiträge. Das ist ein gutes Ergebnis. Ein ebenso gutes Ergebnis haben wir bereits beim Aktionsplan Pflanzenschutzmittel. Dort hat der Bundesrat vor einem Jahr, 2017, den Entscheid gefällt, Massnahmen zu treffen, damit die Landwirtschaft ein geringeres Risiko für die Umwelt darstellt mit der Verwendung von Pflanzenbehandlungsmitteln. Und wir haben von 50 Massnahmen bereits ein halbes Dutzend umsetzen können. Und die weiteren werden noch kommen. Und wir freuen uns bereits auf diese Fortschritte. Der Agrarbericht können Sie mit jedem Laptop und dem iPhone oder dem iPad anschauen. Das geht relativ einfach. Nachdem Sie auf der Homepage des Bundesamtes für Landwirtschaft die Stelle gefunden haben, haben Sie eine Auswahl von verschiedenen Kacheln oder von Themen. Ich nehme jetzt das Tierwohl. Und Sie können hier bei den Produktionssystembeiträgen die Seiten finden, die sich damit befassen. Und Sie sehen hier alle Angaben, die Sie vielleicht verwenden können, für Ihre Information oder Ihre Arbeit, können Sie hier finden.